Wir sind hier bei dem ultimativen Videodreh zu Ansage 8, Anti-Ansage 8. Wir haben drei Songs in einem. Einmal So ist es, 100 Meter und Ansage 8, glaube ich, heißt der Song. Wie auch immer, guck's dir an, wir haben einen Escalate, wir haben keine Kostengrünen gescheut und haben mich nochmal aufgepimpft für die Kälte in der Nacht. Meine Nippel sind härter als je zuvor. Ich zähl die Abt, es geht nach, einer lacht, wenn die wüssten, dass die Bombe heute passt. Ich bin aggro. Wir sind im Break in den Essex-Alar. Kompliziertes Bild. Versteht man nicht auf Andi. Muss man lange drüber nachdenken. Hier kommt der Riesengegner, Tony D. unbesiegt, der nie unten liegt. 60 Meter, 60 Meter. Ich fang an zu rennen. Raste aus, raste aus, alles hinter mir brennt. Ich marschier, ich marschier, auf euch zu, auf euch zu, ihr kassiert, ihr kassiert. Ahhhh! Ja, das wird aber ganz schön heiß zum Schluss. Ich weiß auch nicht, warum. Kommen die da einmal näher oder was? Ich marschier, ey, und du kassierst, ey. Es braucht nur 100 Meter und es passiert, ey. Ich marschier, ey, und du kassierst, ey. Es braucht nur 100 Meter und es passiert, ey. Rüstet der von AgroTV. Wir drehen hier gerade, Alter. Wenn du Bock hast, kommst du kurz rein. Ansonsten hängst du da draußen rum, aber du musst vorne deinen Stempel zeigen, sonst du weißt, hier ist der Partybus. Wo die Party abgeht, Alter. Bis gleich, komm rein. Eine Kurzstrecke, bitte. 1,30! Ansage 8, Alter. Herzlich willkommen, AgroTV. Zag ein Rett und dann geh nach hinten. Oh, ich hab mich mit mir. Wir drehen Video, Ansage 8, 2, 1. Bitte, die Brotter, bis das so. Bis so, Alter. Und sonst wo, was macht es lieb? Das ist meine Lebensart, jeden Tag. Das ist die Agro-Berlin gegen Bart. Ich gebe Gas, ich treib es auf die Spitze. Du kannst puppen, wie du willst. Ich sehe nur einen Haufen Kürze. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, krasse Rämpfer machen den Tag zur Nacht. Macht, macht, schick's, da fühlt ihr an, sagt Acht. Kitty Cat, Kitty Cat, hey. Shit, ich bin Boss, ich will zu sagen, off-shit. Agro-Berlin ist Agro-Berlin-Tick. Ich brauche sie mit kleinen Jungs wie mich. Ich komme nicht mit Bissern, ich zeig dir ne Biss, Mann. Ich spuck dich kaputt, wenn du muckst, dummer Hicke. Ihr seid zu fett, vor euch renn ich nicht weg. Ich weiß, wir sind Frauen, aber keine Bicke. Meine Jungs wissen es, wenn ich komm, geht's rund. Ich hack dein Schwanz ab und steck ihn in dein Mund. Ich und mein Team, wir drehen den Spießturm. Wenn du weißt, was ich mein, bist du eine von uns. 1, 2, 1, 2, 2, 1, Krasse Rämpfer machen den Tag zur Nacht. Moaced, schick's, da fühlt ihr an, sagt Acht. Jetzt kommt der Spieler vomا- Options. Den muss ich kosten, Alter. Wo ist die Kugel? Hier, hier Ey, was kann ich erzählen hier, Alter? Du weißt nie, wie es kommt, weil das Leben eine Twitch ist Eines ist sicher, wir zwei bleiben, ihr wisst es So ist es, so, so, so ist es Du weißt nie, was passiert, ich seh nur Scheiße im Business Eines ist sicher, wir zwei bleiben, ihr wisst es So ist es, so, so, so ist es So ist es, so ist es Ich kenn dich genau, von AgroTV Ach nee, von Bauer sucht Frau Oh, ist da wie zur Rolle Wie versteck ich eine Leiche? So So ist es So ist es Ich hab gelernt, was zu besorgen So ist es Eigentlich wär ich schon hundertmal gestorben So ist es Scheißegal, ich hab nix zu verlieren So ist es Ich brauch nur ein Schrift und Papier So ist es Erzähl mir nicht, dass du jetzt weißt, wie es ist So ist es Mann, ich hab den Plan gelabert, alle Mist So ist es Egal, was passiert, ich nehm es, wie es kommt So ist es Jetzt geht's los, Alter Knarren sind echt, Alter Das sind richtig Kostet so n Ding? Keine Ahnung, 3000 vielleicht So ist es Die Waffe weg, feilen lassen Ich hab gleich feilen lassen, weg mit der Waffe So ist es So ist es Okay, alles gut? Ja, das ist die Sekunde, wo Ansage 8 wieder zu Ende geht. Wie ihr seht, ich bin der Letzte hier, alle sind weg. Aber egal, Toni, der Soldat hält die Front. Ich bin der Letzte hier, alle sind weg.